Hallo, ich bin Hulpes und heute gibt es wieder ein Quarantäne-Video und zwar machen wir heute Fingerfood. Und zwar haben wir da noch das Spezialkochbuch von unserer damaligen Austauschschülerin aus China, sehr liebevoll gemacht und darauf greifen wir heute zurück. Und darum gibt es heute Pola-Hühnchen oder Chickenpola. Wir starten mit Teil 1, wir suchen das Huhn. Schöne handliche Portionen, das haben wir weg, das kriegt der Hund. Und zwar, die es ja schon auch schon wieder zu machen, ist es nicht so schön, nicht so schön. Gelig. Diyor. Ja. Läu und Blitz für die Flasche. Läu, Schöne die Flasche und Zag. Und zwar, was Spann. Wenn die Flasche und Zag. 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 Zähne Zitzen Hallo, grüß euch, der gibt's wieder.